Ich grüße euch aus dem Fraktionsbüro von Die Linke Volt, hier im Regionalrat Köln. Und hier bei uns im Rheinischen Hierin, im Regierungsbezirk, verfolgen wir natürlich sehr intensiv, was da gerade in Berlin die Regierung so vorhat, die sich so mal eben eine Nacht und dann noch ein bisschen eingeschlossen hat und dann so ein Poser-Papier auf den Weg gebracht hat, zu dem wir mal gerne Stellung nehmen möchten. Zum einen ist es natürlich gut, wenn man sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigt, aber ich möchte mit zwei Aspekten mal aus unserer Sicht darauf eingehen. Und beginnen wir doch mit dem Thema, was auch sehr heiß diskutiert wird, das ist Verkehr. Hier in regionalen Medien ist vor allen Dingen das Thema Rheinspange ein wichtiger Punkt, der hier gerade diskutiert wird, warum es zum Beispiel nicht in diesem Papier drin steht. Und das Thema Rheinspange ist, es ist halt hier sehr umstritten, vor allen Dingen bei den Kommunen und Anwohnerinnen und Anwohnern vor Ort, denn es wird extrem hohe Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es wird sehr viel Fläche versiegelt, insbesondere an den Uferbereichen, schutzwürdiger und landschaftsschutzwürdiger und wasserschutzwürdiges Gebiet. Es wird sehr viel CO2 in die Hemisphäre geblasen durch den Beton und durch den Bau. Und es ist also in der Gesellschaft ein durchaus sehr umstrittenes Projekt. Also mal angenommen Finanzierung und Planung etc. pp. Schön und gut, aber es wird alleine einen riesen Widerstand geben. Der ist Fakt 1. Fakt 2. Es gibt wissenschaftliche und damit evidenzbasierte Punkte, die darlegen, wenn ich Verkehrinfrastruktur ausbaue, wenn ich eine Autobahn größer mache oder mehr baue, dann entlastet das nicht den Verkehr, sondern es schafft neuen Verkehr, weil man ja weiß, da gibt es was Neues, das kann ich nutzen. Und diese Studie wird überhaupt nicht dem zugrunde gelegt, was hier diskutiert wird. Und wir diskutieren eine reine Autobahnmaßnahme. Und da sollte man auch wissen, dass wir einen sehr, sehr alten Bundesverkehrswegeplan haben, der die aktuellen Entwicklungen überhaupt noch gar nicht berücksichtigt. Heißt, wir wissen alle seit der Pandemie, dass aufgrund von mehr Homeoffice und noch mehr Digitalisierung wir komplett andere Fahrzeiten und ganz andere Pendlerinnenbewegungen haben. Und wir bei Volt sagen ja auch und auch hier in unserer Fraktion, das Auto wird nicht so abgeschafft werden können. Ja, das ist doch völlig klar. Und wir brauchen gerade in den Stoßzeiten, um die wir da eigentlich reden, weil eigentlich ist gar nicht zu wenig Platz, sondern es sind zu gewissen Zeitpunkten einfach zu viele da, die auf diesem Platz dann aber einfach für den Kollaps sorgen. Und dieser Platz muss aber für die Leute da sein, die eben keine andere Möglichkeit haben. Das sind vor allen Dingen Unternehmen, die Handwerkerinnen und Handwerker, das sind Speditionen, das ist dann auch der ÖPNV zum Beispiel, der Busverkehr. Und hier müssen wir also sagen, wenn also so eine Rheinspange geplant und gerade diskutiert auf veralteten Fakten auch noch eine Milliarde Euro kosten soll, dann ist doch das genau das Geld, was einfach mal in den ÖPNV und den Radverkehrsschnellwege fließen muss. Ein Radschnellweg zwischen Bonn und Köln, der Rheinsieg und Rheinerftkreis mit integriert. Das schafft dann auch genau die Infrastruktur, von der viele sagen, wenn es sie gibt, dann fahren wir weniger Auto. Und dasselbe gilt auch für den ÖPNV, Schienenverkehr oder auch Bus-Schnellverbindungen für den Anfang. Hier müssen wir das Geld investieren, weil dann haben wir auch die Infrastruktur, weil viele Leute, und das hat das 9-Euro-Ticket gezeigt, die sind durchaus bereit, natürlich muss der ÖPNV bezahlbar sein, aber sie nutzen ihn und wir müssen auch die Infrastruktur schaffen. Wir können doch jetzt nicht weiter nach Schema F Autobahninfrastruktur bauen und das andere vergessen. Und wir können nicht hingehen und sagen, wir haben eine Milliarde für eine Autobahn, aber wir haben nicht mal 100 Millionen für eine Schiene. Heißt, wir sagen, das Geld muss in den ÖPNV und den Radverkehrsschnellwege. Und dann haben auch die mehr Platz, die auf diesen Strecken mit dem Auto dort fahren müssen, solange es noch nicht anders geht. Ein zweiter Aspekt betrifft Solar- und Windenergie. Wir haben hier selber auch in den vergangenen Monaten diverse Anfragen gehabt im Regionalrat. Sie sind hier unter diesem Video verlinkt. Was hier eine Rolle spielt und auch gerade viel diskutiert wird, ist zum Beispiel Solar an Autobahnen. Es gibt Experten und Experten, die haben ausgerechnet, dass entlang der Autobahn in Deutschland Potenzial für Solar- und Photovoltaik besteht. Die könnten vier Kohlekraftwerke ersetzen. Lassen wir mal eins als Karenz. Alleine diese unglaubliche Zahl sollte uns doch darüber nachdenken lassen, wieso haben wir das denn nicht längst? Es gibt zum Beispiel in Italien oder auch mittlerweile zum Beispiel in Deutschland erste Pilotprojekte von Photovoltaik an Autobahnen. Und wenn ich alleine hier bei uns im Jungsbezirk an die Autobahn 4 denke, zwischen Köln und Aachen, da gibt es die Baumallee, wo die Bäume kaum wachsen, weil sie eigentlich komplett in den Abgasen stehen. Und hinter dieser Böschung gibt es noch eine Böschung. Da ist die RWE Hambachbahn und die hat schon Photovoltaik. Und man weiß also, dass es funktioniert. Und allein auf diesem Stück könnte man eine unglaublich gute Nutzung von Photovoltaik ermöglichen. Und wenn also jetzt aber die Bundesregierung das in ein Positionspapier schreibt, mit viel schönen Posa, da frage ich mich, wenn das Verkehrsministerium sich mal 20 Stunden einschließen würde, dann würden wir wahrscheinlich eine Novelle haben, weil es geht wahrscheinlich um einen Absatz im Bundesverkehrsfernstraßengesetz. Wenn wir das novellieren, dann könnten wir da Photovoltaik bauen. Denn es geht um gar nicht viel. Es geht um schlicht und ergreifende Möglichkeiten, es zu tun, auf der sich gerade versteckt wird. Und das könnte doch eigentlich schon längst da sein. Und dann könnten wir loslegen, weil eins dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben zwar gigantisches Flächenpotenzial auf den Dächern, alleine hier in NRW, nur der Ausbau von Dächern dauert sehr lange und ist auch kostenintensiver, weil man jedes Dach einzeln betrachten muss. Und wir blöderweise auch immer noch irgendwie so einen etwas verqueren Denkmalschutz dahinter haben. Nichts gegen Denkmalschutz, aber an vielen Stellen ist er doch etwas inflexibel. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass diese Gigawatt-Parks entlang von Autobahnen als auch auf Wiesen, die nicht für Wohn- oder Industriebebauung geeignet sind, aber weil sie weder Licht noch Lärm nach außen blasen und vor allen Dingen, weil sie auch nicht versiegeln, doch super Möglichkeiten sind, schnell größere Solarflächen zu ermöglichen. Und warum passiert das nicht? Es ist einfach nicht gewollt von den gerade mehrheitlichen Verhältnissen. Man verschleppt es leider. Und das ist ein Punkt, der auch in diesem Papier nicht wirklich rüberkommt. Wir haben hier im Regionalrat SPD, CDU mit Unterstützung der FDP, die nahezu einheitliche Beschlüsse fassen. Und da ist eine solche Resolution überhaupt nicht gewünscht. Und so wirklich von der schwarz-grünen Landesregierung in NRW erleben wir es gerade auch nicht. Und es könnte an vielen Stellen schon deutlich schneller gehen. Und das ist das, was wir hier auch einfordern, neben den Daten und Fakten, wie zum Beispiel den Bundesverkehrswegeplan, dass wir auch die Flächen schneller nutzen können, die hier nutzbar sind, zum Beispiel entlang von Autobahnen, Bundesverkehrsstraßen. Weil ich denke, hier ist auch wenig Diskussion in Sachen Umweltschutz oder in Sachen Bebauungsschutz, weil die Flächen sind schon da. Und da kannst du auch kein Haus hinbauen, da kannst du auch keine Firma hinbauen. Diese Flächen bieten sich einfach an, vor allen Dingen in den nächsten kurzfristigen Umsetzungsperioden. Und hier sind, wie gesagt, gar nicht so viele Änderungen notwendig, um überhaupt anfangen zu können. Und da Flächen weder wachsen noch produziert werden können, sollten wir auch darüber reden, an welchen Stellen in Wasserschutzzonen oder vielleicht auch an Rändern von Naturschutzgebieten lässt sich zumindest temporär eine sogenannte Photovitalik-Gigawatt-Anlage platzieren, solange wir an anderen Stellen wieder nachbessern und sie dann wieder rückbauen können. Und das ist das, was wir in diesem Papier bis jetzt vermissen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, tragt euch vielleicht in unsere Newsletter ein und diskutiert gerne mit uns. Wir würden gerne von euch wissen, wie seht ihr das denn? In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.